Hier war ich ja noch gar nicht Tisch, Ventilator, Schreibtisch, Terminal geht nicht Aber hier ist auch nichts Ah doch, Essen! Zigarettchen, Schere Da verdienen doch, hier ist einiges Ähm Hier ist der Gang Das klemmt Okay, also mit dem Aufzug können wir gerade nicht fahren Ich will halt gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen Dass wir an die Luftschleuse können Und die öffnen Ah, aber das geht hier auch nicht Wasser Alkohol Oktenschranke Was liegt denn hier? Oh, ein Stimpack, natürlich, das brauche ich Perfekt Hier in der Kiste noch was? Nein Oh So, dann würde ich sagen Gehen wir jetzt hier weiter Bleibt uns ja nichts anderes mehr übrig Wenn ich nichts übersehen hab Sicherung Bringt nichts Mhm, gut gemacht Ich treff, wieso treff ich eigentlich immer die? Oh Freunde Ganz ruhig Es ist alles okay Okay Ich liebe es, wenn er trifft Oh, jetzt kriege ich wieder eine voll aufs Maul Oh, hallo, ich habe Stimpack genommen Was ist denn los? So Mir das Auge zu knapp Das habe ich ja noch nie gesehen Wow, ich habe ihm seinen Schädel gesprengt Ist ja gut, Hundy, du musst nicht Nein, ich will ihm jetzt kein Stimpack geben Kann ich denn hier nicht irgendwas mit der Luftschleuse noch machen? Ich würde die gerne unten aufmachen Das wäre jetzt eigentlich so mein Ziel gewesen Deshalb bin ich hier überhaupt umgelauncht Ah, da ist ein Terminal Vielleicht können wir da was machen Mal hier einmal Minimkanister Hund Ah, da ist der Hund Hey Du musst nochmal meinen Schrott nehmen, Kleiner Hä, hier war doch irgendwas Ah, da, da, Aktenschrank So Ah, hier unten immer die Dinger Entsperren, Schlüssel erfordert sich Das lässt sich nicht hacken Jakobs Passwort für das Terminal erfordert sich Aber wer ist denn Jakob? Ich glaube, ich komme hier nicht rein Ich glaube, das ist so gut gesichert Ich habe fast das Gefühl Wir sollen hier nichts machen Ich habe Jakobs Passwort nicht Ich werde das Passwort brauchen Wir müssen hier unverrichteter Dinge wieder rausgehen Ich glaube, es hat absolut Wohl Vielleicht gibt es ja hier Jakobs Passwort Nee, gibt es nur eine Haarwürste Aber Ein Mikroskop Ich brauche niemanden gesehen, der Jakob heißt Wir kennen doch niemanden, der Jakob heißt, oder? Vor allem gut, dass wir wissen, dass wir einen brauchen, der Jakob heißt Äh, der Raum ist relativ Da hinten darf ich nicht rein Hier kann ich noch eins runter Bin ich jetzt Ich bin wieder hier, ne? Ich bin wieder am Anfang Ach, doof Das ging ja jetzt nicht, ne? Zugriff verweigert Ich muss das oben freischalten mit Jakobs Passwort Und ich habe Jakobs Passwort nicht Das ist ein bisschen suboptimal gelaufen Toll, wir waren jetzt im Attack Research und können da aber gar nichts machen Das bedeutet, wir müssen eigentlich unverrichteter Dinge tatsächlich wieder gehen Was mir jetzt gerade ein bisschen leid tut Weil ich gedacht hätte, wir könnten das hier abschließen Aber wir haben Muss man auch mal mitleben, ne? Wir haben auch geguckt, ob das was bringt, wenn wir da hingehen Und, ähm, das ging nicht Gibt vielleicht eine Quest dafür Vielleicht treffen wir ja in Diamond City einen Jakob oder sonst irgendwo am Arsch der Welt Wo dann ein Jakob ist und der sagt, hey du, weißt du, ich hab hier so ein Passwort Oder wir finden eine Leiche von Jakob Eins von beiden Ähm, auf jeden Fall steht ja dann jetzt auf der Karte drauf, dass wir das nicht abgeschlossen haben Und vielleicht werde ich mich ja auch irgendwann der Zeiten nochmal daran erinnern Wenn ich das, äh, hier angucke und mir sage Ach, im Attack Research, da waren wir ja Und da war nichts Wahrscheinlich vergesse ich es trotzdem, ob ich mich kenne Und es ist wieder soweit Das Spiel tappt raus Das Arsch von Spiel Und jetzt sagt es mir auch noch Der PC, dass meine Maus im Argen ist mit der Batterie Ich muss kurz warten Es tappt gleich wieder raus, glaube ich Ja, da ist es wieder Dann werdet ihr mich, glaube ich, kurz jetzt mal nicht sehen Und ich muss mal hier So Habe ich mir kurz aufgeschrieben Dass ich hier rausschneiden muss Und dann geht es jetzt wieder weiter Und wir wollen nach Sanctuary zurück Denn ich möchte kurz mein ganzes Zeug abgeben Und, äh, wenn du eine Mühne ausschließt, piepst sie erst ein paar Mal bevor sie explodiert Wenn du schnell genug bist, kannst du sie vorher aktivieren und entschärfen Wieso kann ich die vorher aktivieren? Ist es nicht nicht schlecht, wenn ich die aktiviere? Hey! Da ist gerade eine Kuh Ach, das ist der Hund Gib mir mal deinen Schrott Du hast ja jetzt nichts anderes dabei So Na, komm, 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 komm Gib mir alles Gib mir, gib mir So Äh, alles hier reinwerfen Was soll ich wohl hier denn damit wollen? So, ähm Ich habe zu viele Waffen, aber irgendwie auch nicht die richtigen dabei Habe ich immer so das Gefühl, ich fühle mich irgendwie doof Machete Achso, ne, wir hatten die Machete ja noch dabei, richtig Und ich hatte noch ein Kleidungsstück dabei Und zwar... das hier will ich aber auch nicht haben, ehrlich gesagt Äh... ... ... ... ... Ich will, dass es wieder Tag wird ... 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 das das Zeichen dafür? Ich weiß es gar nicht. Die Antenne würde ich gerne vorher machen, weil Antennen und Quests und sowas finden. Wir hatten ja so damals auch, glaube ich, das Polizei-Revier gefunden. Das war ja nicht unerheblich wichtig. Nicht, nicht unerheblich, nicht unwichtig. Egal. Das habe ich aber noch nicht gefunden, ne? Die Antenne da hinten. Wir rennen da jetzt einfach mal hin. Ich glaube nicht. Ich bin mir unsicher bei dem Zeichen da unten. Das ist ausgemalt, das ist nicht ausgemalt. Das ist ausgemalt. Okay. So. Bleiben wir ein bisschen auf der Straße, einfach, würde ich sagen. Gucken natürlich immer fernab des Weges, ob es was Interessantes gibt. Aber so im Großen und Ganzen würde ich jetzt erstmal auf dem Weg bleiben. Oh, was ist hier? Hier ist kein Weg. Da können wir einfach quer durchs Feld latschen. Ja, das ist jetzt auch nicht so schwer, mein Freund. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden mache ich eigentlich mit der Waffe. Zu wenig! Das sind schon wieder... Oh, wisst ihr noch, wie war letztes, letztes Mal da diese zwei? Der eine war übel gewesen. Ach, es ist ein legendärer dabei. Sag mir das doch. Oh, die Waffe ist gut. Oh, die Waffe ist kriegen die Red, Raider, äh, Red Skorpione. Gut. So, warte mal, der soll jetzt unlegendär werden. Oder erstmal legendär werden. Bevor ich ihm da was reinpöre. An kritischen. Es wird doch mal legendär! Die sind nicht so schwer. Ich glaube, es gibt irgendwie Stellen, da denkst du dir irgendwie... Jetzt ist er. Da denkst du dir irgendwie, wow, die Red Skorpione sind ja nicht so übel. Ah, scheiße. Okay, doch, der ist übel, der legendäre. Und er hat mich vergiftet. Uah, ach, ich bin tot! Verdammt! Mann, doof! Ah, diese legendären sind tatsächlich einfach nur dumm. Aber wir haben die gute Waffe gefunden. Wir wissen, welche Waffe gut dagegen ist. Wow! 2077 war Amerika ein Land der technologischen Errungenschaften. Wow, das Auto sah geil aus. Könnten sie jetzt lassen? Kein Bock drauf, die zu lassen. Ich würde die fertig machen. Solche Waffen... Wo sind die denn? Wo ist die Waffe eigentlich immer? Das war dumm. Aber unnötig. Ich habe die alle nicht aus der... Ja, der hat die mich nicht gespeichert. Kann das sein? Oder ich bin letztes Mal irgendwie gestorben. Können wir mal die erstmal probieren? Die war ja eigentlich auch ganz geil. Hey, Red Skorpion! Holen wir mal erstmal den legendären. Das können wir auch machen. Oh, die Waffe ist gut gegen die. So, der ist jetzt mutiert. Hund kummert sich um den Dings. Oh, die Waffe ist gut. Die ist auch gut. Wenn die nicht so viel Gift machen würden, wäre es viel einfacher, gegen die zu kämpfen, weil wir die Waffen, die richtigen Waffen schon haben. Schön, das Gesicht hinhalten. Dankeschön, mein Freund. So, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da. Alter, schau dir das an. Schau dir das Gift an. What the fuck? Hast du das gesehen? Ich habe ja gar keine Chance. Äh, what the fuck? Ähm. Ähm. Scheiße. Was, was, was rettet mich denn? Der darf mich nicht stechen. Ich hatte so viel Leben und er hat mich dann getötet, weil er mich einmal gestochen hat. Das ist doch so unfair. Ich hätte den bekommen. Locker, flockig. Aus der Hüfte. Jetzt hat der mich wieder. Jetzt bin ich doch so gut wie tot, oder? Ich nehme schon mal ein. Boah, Alter. Hör doch mal auf, Junge. Was ist denn mit dir schiefgelaufen während der Geburt? Wie viele sind das jetzt? Der Legendäre. Komm schon. Ich habe mich kapiert. Boah, das wird nix. Das wird nix. Das ist ja legendär geworden. Fuck. Ich glaube, der macht nicht so viel Schaden. Okay, hau erstmal wieder ab. Ist auch gut. Kann ich mich um den legendären Freund kümmern? Wow. Alter. Scheiß Beamer. Ah, das war's wahrscheinlich. Oh Mann, ich habe immer Angst, dass... Einstich, ne? Einstich. Komm schon. Boah, weglaufen. Stimpack nehmen. Komm schon. Bitte, bitte füll dich auf. Bitte füll dein Leben auf. Bitte. Boah. Na ja, komm schon. Komm schon. Jetzt mach doch mal. Heil dich doch mal, du Arsch. Jetzt heilt er sich. Ich brauche unbedingt... Ah, P. Fuck. Oh. Das ist doch so kacke. Oh, jetzt heilt er mich schon wieder. Kann ich mich nicht schneller heilen oder so? Oh, scheiß die Wand dann. Hier kann er sich nicht hochputteln. Eigentlich. Ah. Der hängt da hinten fest. Meine Chance. Meine Chance. Triff ich überhaupt von so weit weg? Wow. Nein. Irgendwie ein bisschen sinnlos. Ich muss hier wieder raus, sonst kommt der nicht. Ein Karstmann, eine Intelligenz. Können wir beim Reden ganz gut bauen? Wo ist der Skorpion? Kommt der nicht mehr raus? Haben wir den da drinnen festgepackt? Keine Ahnung, hat sich wohl totgepackt irgendwie. Dann gehen wir jetzt einfach weiter. Ich speichere gerade mal. Und, ähm, beziehungsweise, ich glaube, ich stelle mich jetzt hier irgendwo hin, wo der dann so ein bisschen weg ist. Wir können ja mal zu der Antenne noch gehen, dann würde ich gerne die Folge beenden. Wollen wir mal gucken, ob der Red Skorpion noch irgendwie kommt. Wo ist die Antenne denn? Ach, hier. Oh, hier ist schon jemand länger nicht mehr gewesen. Ach, da oben. Wieso sind hier so viele Radios? Ich habe die alle mal abgestellt. Ähm, können wir das denn hier eigentlich dann? Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich will nur kurz gucken, ist hier irgendwas Interessantes? Ne, ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, äh, beende ich jetzt hier die Folge und die Aufnahme. Bedanke mich fürs Zusehen. Speichere gerade nochmal. Wir werden das nächste Mal den Funkleitstrahl, äh, aktivieren. Und, äh, bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.